Und damit herzlich willkommen zurück zu Crysis 2 Remastered. Wir haben ja beim letzten Mal das hier schon alles erlebt, ich musste aber gerade noch kurz nachspielen. Deshalb haben wir die große Gun noch, weil ich hier nicht runtergesprungen bin damals. Also was heißt damals? Er geht den eingestürzten Freeway runter. Verstanden. Prophet ist immer noch in Richtung Norden auf dem FDR unterwegs. Nee Prophet lebt nicht. Okay, ich habe mich tatsächlich jetzt eben einfach durchgeschlichen, weil ich keinen Bock auf Fighten hatte. Jo. Das mit dem Durchschleichen hat übrigens extrem gut funktioniert. Da hinten hin sollen wir. Und da sind überall Gegner. Ich könnte natürlich jetzt dieses schwere Gewehr mitnehmen. Oder aber... Mein Nahkampf funktioniert nicht. Natürlich funktioniert der Nahkampf einfach nicht. Nee, komm wir gehen einfach durch. Keine Lust mehr zu Fighten. Bin ganz froh, dass Schleichen hier deutlich besser funktioniert als in... ...Crisis 1. Weil da warst du ja alle 5 Sekunden ohne Energie. Und hier ist halt... ...relativ irrelevant. Also hier hast du halt echt viel Energie. Taktische Optionen verfügbar. Okay, wir schauen mal kurz nach was hier verfügbar ist. Wir haben Granaten. Wir haben Vermeiden. Wir haben Delfen. Wir haben Beobachten. Weiser Ausschalten. Große Gun wieder mitnehmen. Weißt du was? Wir ficken jetzt einfach mal auf auf die dicke Wumme. Die ist eh nicht so nützlich, wenn wir ehrlich sind, sondern wir gehen jetzt einfach sneaky rein und machen einen nach dem anderen weg. Vielleicht ja auch mal mit einem Nahkampf, der funktioniert und nicht der einfach nur komplett in die Hose geht. Uh, Fernkampf. Mega nice, Bruder. Fühle ich ja viel mehr. Weil jetzt haben wir das hier für Nahkampf. So, was ist denn hier unten? Also warum können wir denn hier lang? Vielen Dank. Hier ist alles sicher. Roger, zurückgestellung. Verstanden. Melden Sie Kontakt. Wieso funktionieren Nahkampf nicht mehr? Ich hasse es, dass sie oben kippen können, obwohl sie nicht tot sind. Die müssen halt wirklich mir angezeigt werden, dass ich die umbolzen kann. So warte mal, erstmal hätte ich dich gern wieder auf Dauerfeuerabenteuer und dich auf Einzelfeuer bitte. Ist das jetzt eine Zeitmission? Wir brauchen Verstärkung bei Kontrollpunkt Echo 9. Roger Braun 18. Verstärkung ist unterwegs. Ich kann auf die kein Ding entspauen. Das ist keine Ska L. Das ist ein Ska H. Beziehungsweise ich bin mir nicht mehr sicher welche wir davor hatten. Es ist auf jeden Fall nicht mehr die, die wir davor hatten. Sondern eine Nummer dicker. Ohne Schally. So. Kurze Energie regenerieren. Und weiter. Wir müssen ja einfach nur durch im Endeffekt. Was bist du denn? Hallöööö. Zuka, was war das denn ey? Ich hatte ja doch eben irgendwas gesehen, was rot war oder nicht? Scheinbar oder auch nicht. Was bist du? Ein Panzer. Klar. Logisch. Damit habe ich gerechnet. Ein Panzer. Ich möchte anmerken, dass ich auf den, der sich beschwert hat, nicht mehr geschossen hat. Du kannst mich gar nicht sehen, Modi. Servus. Servus. Okay. Das Raketenwerfer. Scheiße, Scheiße. Das war's. Sie kommen. Raus da, Mann. Raus da. Die ganze in der Regel ist ein Punkt, der noch nicht, dass ein Drift wird. Richtung beibehalten. Ich melde mich wieder. Rechnung beibehalten ist jetzt schwierig. An alle Einheiten. Profit ist von Kontrollpunkt Echo 9 aus Richtung Norden unterwegs. Ich will jede halbe Meile eine Straßensperre. Ab Tour 1, Sie haben Feuer erlaubt. Die folgen mir ja nicht mehr. Wer ist ab Tour 1? Profit, Sie haben im Tunnel Straßensperren errichtet. Sie müssen durchbrechen, Mann. Muss ich das? Warum? Blitzerfoto. Ich möchte anmerken, dass hier nicht wirklich was gesperrt war. Ja. Also gesperrt würde ich das nicht nennen. Aber spaßiges kleines Fahrzeug hier, muss ich einfach mal zugeben. Sehr lustig. Hallo, ich lenke nach links. Mir gefällt dieser Triple Schuss. Trittische Beton identifiziert. Einsatzziele aktualisiert. Taktische Optionen verfügbar. Das ist ja. Das nicht. Erst. Und noch einmal die Tür einatmen. Alter, was bist du denn für ein komisches Fahrzeug? Habt das? Ah, unsichtbare Wand, mein Lieblingsgegner. Wer sieht mich denn hier die ganze Zeit? Zucker, Bruder. Sind ver... Warum gehst du nicht einfach woanders hin, Brudi? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist ja nicht so, dass wir nicht einfach in ein anderes Gebäude fliegen können. Ich meine, wir sind in New York, wo es Gebäude gibt. Und hier ist gerade Anarchie. Weiß ich nicht, sehe jetzt kein Problem einfach woanders hinzugehen. Ist ja auch die Frage, ist er immun, ist er nicht immun? Wer ist er überhaupt? Wir kennen ihn aus dem ersten Teil nicht, glaube ich. Laborratte. Harberlight Pier East... Äh, Harberlight Pier East River, New York. 23. August, 11 Uhr 2. Oh scheiße, Sie sind im Labor, Prophet. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Ich zähle auf Sie, Mann. Jetzt wehre das Lager aus. Zerstöre die Erdengebäude. Wiederhole, Prophet ist im Gebäude. An alle Einheiten. Sichtung von Prophet bestätigt. Er ist am Tier. Machen Sie den nicht ganz nervig. Mit soviel, wir sind in den 90. 1. Machen Sie den nicht. Es ist am Tier 2. Machen Sie den nicht. Machen Sie den nicht. Es ist am Tier 2. Das ist am Tier 1. Ich hatte 100% Energie, wieso konnte ich Dinge nicht aktivieren? Junge, wieviel will er überleben, Alter? Das dürfte hier Kaliber 7.62 sein und die überleben noch übel viel und ich muss die Maus hier ein bisschen langsamer stellen. Hardbobbing, Sichtfeld, ich hasse es. Steuerung, Maus, ich hab die schon nur auf 25, nee, waren wir schon auf 20, ja? Übernehmen. Es fühlt sich irgendwie sehr komisch an hier zu zielen. Also ich bin in anderen Shootern jetzt auch nicht der übelste Sniper-Gott, sondern auch nicht der übelste Aim-Gott. Aber es funktioniert deutlich besser als hier. Den habe ich noch markiert, ist hier noch einer? Doch, da. Alter. antim parallel der Tür, Alter. Halt, Halt, Halt! Halt, Halt, Halt! Ich glaube der ist tot. Der ist tot glaube ich? Ne ist er nicht. Zum Glück noch kein Problem mit Munition. Ich habe schon überlegt ob ich hier aber wieder auf Reflex gehe. Und die ein bisschen in Full Auto spiele. Weil die räumt gut auf hier die Gun. Ist halt aber auch ein mächtiges Kaliber. Da ist tot. Da ist tot. Bist du doch nur umgekippte Penner. Ein bisschen Munition schadet mich. Klappling. Nice! Gut! Ah, okay. Doch, funktioniert. Nice. Die haben das natürlich nicht mitgekriegt, dass wir dann gefaltet haben. Die Chef macht mir keine Sorgen, aber ich hab das. Der ist ein Verschwörungsschreie. Der ist ein Verschwörungsschreie. Der ist ein Verschwörungsschreie. Alles ist gut. Ich vertrete das Lagerhaus. Zerstören Sie Hinweise auf Ghouls Aufenthaltsort. Bye. Zerstören Sie das Terminal und hauen Sie ab, Profit. Ein Hubschrauber ist in Ihre Richtung unterwegs. Vereilen Sie sich. Arztur 1, Ihr Ziel ist im Labor im Lagerhaus. Erledigen Sie ihn. Verstanden, Sir. Kampf wird aktiviert. Gehen Sie auf, Profit. Es ist vorbei. Erkennen Sie ihn. Bitte hier den Zellkampfentrauber. Oh nein! Die zerlegenes Labor. Jahrelange Forschung. Einfach weg! Ziel gesichtet. Greifen an. Hier ist dort nur sieben. Schütze ausgefallen. Wir drehen auf. Wird er jetzt die andere Seite bekämpfen? Wie? Was ist das? Ja. Einfach weg, also. Wie? H我說. Wir werden Sie auf. Wir reden Sie haben Sie hier. Wir gehen Sie, Sie haben Sie. Wir gehen Sie hier. Wir gucken Sie in Sie. Wir gehen Sie sagen Sie等一下. Wir gehen Sie haben Sie ein. Mh-Hm. 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 Hier isty cuántno-7. Wurden schwer beschädigt. Steigt jetzt aus! Prophet! Raus da, man! Die Dreckskerle Bomben Sie auf den Grund des Flusses! HICES searching a magnified G ، H laboriles Gigt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss auf Distanz gehen, sonst mache ich hier kalt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was soll ich machen gegen den? Gibt es... Kurz mal gucken... Komm, schieß nochmal ne Säule, oder? Habe ich mitgerechnet? Danke für den Kontrollpunkt Sie leben noch, Gott sei Dank Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug Es ist nicht weit Ich habe hier eine Mulde, veraltetes Krine-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen Ja, chill Erstmal gucke ich, was hier noch rumliegt und dann machen wir auch erstmal Feierabend Ich habe nicht darauf geachtet, dass hier überall Munition noch was ist... Was bist du? Eine DSG-1, Bruder... Okay, sehr wenig Munition für Wie viel Munition gibt es denn dafür? Ach, na, verpiss dich, nein Also ich habe recht Bock auf einen Sniper, aber a, snipe ich dafür zu schlecht Und, äh, B, gefällt mir das Sturm hier sehr besser Ich gehe doch gleich, lass mich doch noch mal kurz mal ein bisschen rumspielen Ich kann hier auch ein Schallidung Naja Ist aufgeschissen Ich würde aber sagen, wie wir hier weitermachen, sehr ganz beim Nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin, tschüss